Als letzte grob zu bearbeitende Fläche bleibt das Gelände hier direkt an dem, wie soll ich sagen, nennen wir es einfach mal Jugendherberge. Und von der Idee her möchte ich das eigentlich mit einem Bodendecker bepflanzen. Das sollte am Ende so aussehen. Da kommt so gut wie nichts raus. Ich muss es also mal wieder mit dem Schraubendreher aufbrechen. Ich muss es auch mal wieder mit dem Schraubendreher aufbrechen. Soll ich es sicherlich über die Runden aufflöde, erst dass ihr das noch reformsland mit ihnen gut erwartet. Das war's. 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 Das war's.